Puschel. Puschel. Heute mal ein bisschen anderes Video. Busch-Crafting. Wir müssen ja mal ein bisschen ausprobieren wie das so ist, wenn wir dann auf eine Tour gehen, wo wir jetzt nicht jeden Tag einen Zeltplatz ansteuern wollen. Jeden Tag 20 Euro wird dann doch ein bisschen happig. Genau, deswegen heute mal ein bisschen Busch-Crafting bei uns hier in der Region, woher zählen wir natürlich nicht. Boah, schöner, toller See hinter uns. Wollen wir da mal richtig uns eine Schlammpackung abholen? Ja, definitiv. Aber erstmal wünschen wir euch viel Spaß bei einem neuen Video. Lasst einen Daumen da, Abo, wichtig. Und Kommentare. Tausende. Genau, viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. in unserer premium villa am premium see etwas fischig aber es geht schön lecker geflüchtückt danach abbauen und dann geht es wieder raus läuft es funktioniert das wäre jetzt erst angemacht ein bisschen video werden wir verbrauchen um ein video zu machen schmerz ist da wohl noch da war kein übelster filz am baum hätten wir auch zum armbot essen können da ist der durchfall aber schon vorprogrammiert baum fitz kann man da essen da wird unser super viel gereikt wieso hättest du ihn ablassen können als er am see springt das war in dem seel nicht mehr aufgefallen der war schon braun das hat sich richtig schummisch gefreut die Aale die haben sich so schön rumgeaalt ja geht gar nicht moin Machen wir mal gerade aus, weil von links sind wir mal gestern gekommen. Wir haben noch eine gerucht und holen die gleich ein, wir haben noch eine gerucht und holen die gleich ein. Da vorne die Fahrradfahrer. Achso. Ich bin nicht langsamer unterwegs, wir haben noch zu. Hoh? Wir haben Zeit. Hoh? Da müssen wir in Ruhrka rauskommen. Hä? Da müssen wir in Ruhrka rauskommen. Eigentlich vorne an dem See, glaube ich. Ich bin an der Hauptstraße. An der Hauptstraße müssen wir hier rauskommen. Na? Wir sind da. Ja. Da müsste ich jetzt eigentlich hinter den See rauskommen. Ja. 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 Dann merkt es sich durch hier. Oh, ganz viel Solle. Hä? Ja. 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 Da vorne liegt ja nun auf der Hauptstraße. Oh. Oh. Nä. Nä. Äh. Äh. Ja. Guck mal. Rotwild. Rotwild. Ja. Abbrot. Ja. So. Den Dreckweg hast du, oder? Gefilmt. Hier. Den Dreckweg. Das ist gut. Harte. Ja. Oh. Oh. Sag ich doch Holscher. Ach. Lull. 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 Dann wechseln wir mal raus. Genau. Na, dann fahren wir mal gemütlich. Läffen wir so hin. Richtig. Mühsam. 3,1 Kilometer weiter auf Fahrradweg. So, jetzt geht's nach Hause. Wie gesagt, ein kleines buschkräftiges Abenteuer. Schon mal zu testen. Wie das werden wird dann dieses Jahr. Was? Wie in Tschechland. 12 Kilometer Minianstieg. Das ist nicht. Das ist ja noch nicht so angeblich zu sein. Oh. Hm. Da hat ein gewissen Apfel. Ja. 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 Oh. 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 Na, da sind mal bis 45 km runter. Oh, das geht. Was geht? Noch. Ich muss ja mal angren. Ich muss fuhren bis hoch. Ah. Ich muss ja wahrscheinlich nicht angren. Hä? Ich muss ja eh nicht viel mal angrennt. Oh. So, jetzt haben wir wieder ein Bauzehn, von da aus gesehen kann man ein Bausäge, der hat das Schnellbewegnis. Aber besser als nichts. Ja Michi, besser als kein Fahrrad fahren. Richtig, ein Mikroabend. Genau, genau. Da guckst du. Da guckst du. Da guckst du. Das ist der Größenunterschied dann noch größer. Lull. Läuft. Genau, haben wir es fast geschafft. Unsere Runde ist vorbei Gott sei Dank. Popo brennt. Lull. Ha ha ha. Genau. So, Fazit von der Runde. Buschkraften ist besser wie Zelten auf dem Campingplatz. Weil da ist auf jeden Fall deine Ruhe. Bloß noch der Tierlärm der erwünscht ist. Ja genau, Biolärm ist geil. Und gerne die ganze Zeit irgendwelche quarkenden Menschen. Richtig. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. War richtig nice. Vor allem kostenlos. Genau. Ich hoffe euch hat es gefallen. Wenn ja, legt da einen Daumen nach oben. Lasst ein Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Wenn es hier heißt Fett Fahrrad. Jäge.